Scheiße! Klaus! Unsere Produkte werden zu Spottpreisen in irgendeinem finnischen Onlinehandel verkauft. Hatten wir nicht abgemacht, dass wir nur an Experten verkaufen. Ich hab nichts verkauft. Papa! Hast du unsere Produkte zu Spottpreisen nach Finnland verkauft? Ja, ein Typ mit dem roten Lastwagen. Riesige Bestellung. Ja, bestimmt eine riesige. Irgendein finnischer Onlinehandel. Ein Online-laden und 175 Geschäfte. Über 175 Verkauf? Klaus! Fangen sofort an zu arbeiten. Beinig! Näinhän se on. Laadukkaat prycketyökalut saat nyt vain Tokmannilta.